Guten Tag, mein Name ist Lothar Heuble. Ich wohne in Dresden, bin 66 Jahre alt und ich denke in der Politik, in der Solidarität, aber auch im praktischen Leben habe ich schon einiges miterlebt. Die meisten, die hier da sind, sind montags bei der Mahnwache dabei und sie kennen gewisse Aktivitäten, die wir ja teilweise gemeinsam vorbereitet haben. Mir ist es aber ein Bedürfnis, heute hier auf diesem Platz vor diesem Hotel, wo die Bilderberger diskutieren über irgendwelche Dinge, die man vermuten kann, doch etwas zum Ausdruck zu bringen, damit jeder vielleicht etwas nachdenkt, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich möchte daran erinnern, dass wenige Meter von hier, wo die Frauenkirche irgendwann mal zerstört war, am 19.12.1989 ein gewisser Bundeskanzler, Helmut Kohl, gesagt hat, was in der DDR Gang und Gäbe war, in der Ideologie und in den Daten, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen und wir wollen alles dafür unternehmen, dass das auch so eingehalten wird. Dass das ein leeres Versprechen war, war spätestens am 23. März 1999 klar geworden, als mit deutschen Soldaten AWACS-Maschinen bedient wurden und Bomben über Belgrad bzw. Jugoslawien fielen. Das ist eine Schande und damit wird deutlich, was Versprechen von Politikern und Leuten, die sozusagen an den Hebeln der Macht dieses Gesellschaftssystems sitzen, was davon zu halten ist. Und ich sage es deshalb auch weiter, weil wir, ich glaube, darüber nachdenken müssen, wenn Bilderberger, also auch diese drei deutschen Persönlichkeiten, Ich will mich ja anständig ausdrücken, dort zugegen sind, dann ist es unter anderem eine Kriegsministerin, oder wie sagt man das hier in der BRD, eine Kriegsministerin, die mitzuverantworten hat, Dass gegenwärtig in Polen oder an den Grenzen von Russland über 35 Soldaten aus allen NATO-Staaten eine Übung durchführen, die dazu dient, Russland gegenüber aufzutreten und zu drohen. Wenn ihr nicht so macht, wie wir das wollen in Europa oder in den USA, dann sind wir durchaus in der Lage, auch einen Krieg mit Russland zu führen. Diese Gefahr ist riesengroß. Und ich glaube alle, ob die Älteren oder die Jüngeren, die wissen, dass es stimmt, was Willy Brandt im Juni 1990 auch gesagt hat. Frieden ist nicht alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir waren, wir wissen, die meisten wissen das, wir waren ja vorerst ja zweimal im Donbass. Und es ist schlimm, wenn man sieht, wie ein Flughafen, wie ein Stadion in Donetsk, was auch mit europäischen Mitteln wieder aufgebaut worden ist, wie das mit Rüstungsgütern bzw. Bomben, die aus dem Westen kommen, zerstört worden ist und wie Menschen abgeschlachtet werden, nicht nur im Donbass, sondern genauso auch in Syrien und überall. Und wenn ich das hier anspreche, als Anlass zur Bilderbergkonferenz, dann sind es diejenigen, die an den Hebeln der Macht sitzen, die das verhindern könnten, dass Mord im Donbass geschieht, dass Mord in Syrien geschieht, das sind es diejenigen, die dafür die Möglichkeit haben, ordentliche Beziehungen zu Russland, zu Syrien und zu anderen Staaten in der Form aufzubauen, dass die Menschen friedlich miteinander leben können. Und um nichts anderes im Moment, um nichts mehr geht es mir. Es geht mir darum, dass die Menschheit in Frieden, in Menschenwürde leben kann, hier in Deutschland und genauso in Europa und in anderen Staaten der Welt. Und dafür stehe ich hier und hoffe, dass der Kampf erfolgreich ist. Danke. Es gibt eine Liste mit Themen, die dieses Mal auf der Bilderbergkonferenz besprochen werden. Und ich würde die Liste gerne mal vorlesen. Es geht um mehrere Punkte. Der erste ist aktuelle Ereignisse, genauso nichtsagend wie vielsagend. Der zweite ist China. Dann kommt Europa, Migration, Wachstum, Reform, Vision, Einigkeit. Der mittlere Osten, Russland, USA, politische Landschaft, Wirtschaft, Wachstum, Schuld, Reform. Digitale Sicherheit, Geopolitik der Energie- und Rohstoffpreise, Präkariat und Mittelschicht, technologische Innovation. Nun, wir werden wohl nicht erfahren, wie die Themen besprochen werden, weil leider kommt ja nichts nach draußen. Die Medien sind zwar eingeladen, viele Vertreter der Medien, auch der Deutschen, sind seit Jahrzehnten dabei, aber leider versäumen die es zu berichten. Das heißt, wir werden es wohl nicht erfahren. Was wir wissen ist, wie diese Konferenz ablaufen wird, was im Groben passiert. Wir wissen, dass sich unsere Politiker treffen, auch deutsche Politiker, mit den Wirtschaftseliten, mit anderen Eliten, transatlantischen Strukturen. Und wir wissen, dass im Endeffekt Wirtschaft und Politik wieder mal einen Schritt näher zusammenrücken werden. Und ich denke, wir haben alle langsam genug davon, dass Wirtschaft und Politik immer näher zusammenrücken. Weil wo rückt denn die Bevölkerung und die Politik wieder zusammen? Ich denke, wir haben alle das Gefühl, dass Politik uns mehr oder weniger immer mehr am Stich lässt. Dass Reformen verbracht werden, dass Politik gemacht wird für die Reichen, für die Mächtigen, für die Kapitalsteigerunternehmen. Und die Menschen im Endeffekt auf der Strecke bleiben werden. Das ist eine allgemeine Theorie, das ist Fragen wie die Volksumfragen, wie die Bevölkerung zu manchen politischen Maßnahmen steht. Genprodukte, Genfood, 80% dagegen. Trotzdem legitimiert die deutsche Bundesregierung erste Versuche mit Genmais. Atomwaffen auf deutschem Boden, 80, 90% dagegen. Trotzdem lagern in Deutschland amerikanische Atombomben. Die Bundeswehr in Afghanistan. Ich glaube, wir hatten alle mitbekommen, dass wir das nicht gut finden, dass es viele nicht okay finden. Wer verteidigt das eigentlich noch? Sind es wir? Oder sind es die großen Medien, die Interesse haben, die Anteilseigner haben, die Anzeigen schalten von Rüstungsfirmen, die teilweise komplett der Hand sind von Rüstungsfirmen? Und die Bundeswehr ist mittlerweile wieder aktiv in 19 Ländern. Die Bundeswehr ist keine Verteidigungsarmee mehr, sie ist eine Interventionsarmee. Aber für wen? 19 Länder. Von Deutschland soll kein Krieg ausgehen, unsere Armee ist in 19 Ländern. Wie passt das noch zusammen? Es passt zu vieles überhaupt nicht mehr zusammen. Das, was wir wollen und was uns verkauft wird in unserer Politik, in den Medien, einseitig, eindimensional, ohne Kritik, das passt nicht mehr zusammen. Und jeder, der Kritik äußert, wie auch wir auf die Straße gehen, wird versucht, ein schlechtes Licht zu drücken. Es wird gesagt, ihr habt Fehler. Ja, natürlich haben wir Fehler, wir sind alles Menschen. Es ist völlig okay, Fehler zu haben. Aber wir gehen wenigstens auf die Straße, weil wir sagen, das Große, was hier passiert, die Leute, die das zu entscheiden haben, die haben auch Fehler. Aber mittlerweile sind die Leute, die auf die Fehler hinweisen, werden mehr kritisiert, als die eigentlichen Probleme an sich. Und das finde ich eine sehr, eine sehr problematische Intenz mittlerweile. Kritik wird mundtot gemacht und so kann Demokratie nicht funktionieren. Es werden sich wieder Machteliten abkapseln, es wird die Kadenz einziehen und wir machen Fehler. Wir machen jetzt schon Fehler, jeden Tag. Jeden Tag sterben viele Menschen auf der Welt, weil wir nicht in der Lage sind, ein nachhaltiges Wirtschaftssystem einzuführen. Weil wir nicht in der Lage sind, für wirkliche Menschenrechte oder Gleichberechtigung einzustehen. Nein, wir produzieren Waffen. Wir exportieren Waffen. Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur. Bundeswehr in 19 Ländern. Es geht um Geopolitik, es geht um den Zugang zu Märkten. Wir alle wissen das. Energiepolitik und Rohstoffpreise. In dem Sinne, ich denke, es ist wichtiger als jemals zuvor, dass wir Menschen aufstehen. Dass wir sagen, wir warten nicht mehr, dass uns jemand rettet, wir retten uns selbst. Es ist höchste Zeit. Amerikanische Wissenschaftler, kanadische Professoren überlegen mittlerweile wieder, ob der atomare Erstschlag eine Alternative darstellt. Wir diskutieren allen Ernstes wieder über den nuklearen Ernstschlag, weil gewisse Strategen in der Meinung sind, die Zweitschlagkapazitäten des Feindes durch gewisse Raketenschilde dermaßen dezimieren zu können, dass es eine praktikable Option wäre, mit OK-Waffen einzusetzen. Wir haben Riesenprobleme. Wir brauchen nicht den Weltkrieg. Es reicht die Wirtschaftskrisen, die Finanzblasen, die Umweltzerstörung, der Sozialabbau. Und ich denke, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, dass wir sagen, so bis hierher und nicht weiter. Nicht mit uns. Wir gehen auf die Straße und wir lassen unsere Stimme hören, auch wenn die großen Medienentscheid nicht wollen, dass sie gehört wird. Ich freue mich riesig, dass wir heute alle hier sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute nicht einfach nach Hause gehen und zu Hause bleiben, sondern dass wir wieder auf die Straße gehen. Keiner hält uns auf. Wir sind in einem demokratischen Land. Wir haben Rechte. Wir melden Versammlungen an. Wir können hingehen. Es ist kein Problem. Es steht jedem frei. In dem Sinne, wir müssen nicht alle einer Meinung sein. Aber wir können doch miteinander reden. Wir können respektvoll und angemessen miteinander umgehen. Und vielleicht schaffen wir das, was man vielleicht nicht will, dass wir es schaffen. Dass wir uns einig werden. Dass wir uns aufhören, um Unwichtigkeiten zu zerstreiten. Und es klar wird, wo die eigentlichen Probleme liegen. Für alle Dresdner, jeden Montag um 7 Uhr auf dem Jogermandeiplatz, 100 Meter Südl für den Alperplatz. Wir sind auch nicht perfekt. Das sage ich gerne. Wir haben unsere Probleme. Wir haben Meinungsverschiedenheiten. Aber wir geben uns Mühe. Wir versuchen es. Wir wollen die wirklichen Probleme erkennen, die wir uns haben. Die uns plagen. Die uns praktisch ins Unglück stürzen. Und wir wollen daran arbeiten. Wir wollen Alternativen finden. Und ich bin sicher, alle gemeinsam schaffen wir das auch. Und ich möchte auch alle anderen, mich bei allen anderen bedanken. Jeden Tag um Deutsch auf die Straße gehen. Es sind viele. Und ich denke, wenn wir miteinander reden, statt gegeneinander, können wir viel mehr erreichen. Vielen Dank. Ich sage jetzt nicht viel. Ich schließe mich den Worten von Chris an. Also ich schließe mich den Worten von Chris an. Man kann sich in Dresden treffen auf der Straße oder in Meißen montagsabends 18 Uhr als Mahnwache für Frieden. Das war schon alles. Danke. Ich bin der Friedrich. Also ich finde das auch richtig, was jetzt da schon gesagt wurde. Also meiner Meinung nach ist es wirklich am wichtigsten, die Gefahr, also die Kriegsgefahr, die langsam steigt. Durch die Aufrüstungsbewegung und durch die Hetze gegen Russland, dass wir die irgendwie in den Griff kriegen müssen. Und das Zweite ist, dass diese wachsende Ungleichheit, also diese riesenhaften Einkommen und Vermögen den ärmlichen Verhältnissen der meisten Leute auf der Welt gegenüberstehen. Das müssen wir wirklich beseitigen. Ich finde das nicht richtig, dass diese Konferenz einerseits so wie privat ausgeführt wird, also wie so eben ein Stammtisch oder sowas. Aber auf der anderen Seite so halb öffentlich nach außen hin stark gezeigt wird. Die können sich ja auch in einem Hinterzimmer treffen irgendwo, ohne dass es jemand merkt. Das würde niemand weiter Störungs machen, die sowieso. Aber es ist ja Absicht, möglichst Wirbel da rumzumachen. Und es ist Absicht, dass die Leute rätseln sollen, dass sie damit irgendwie sich beschäftigen. Und vielleicht auch indirekt dann das akzeptieren, dass die Kriegsgefahr steigt und dass man sich daran gewöhnt, an diese Gedanken. Und das müssten wir verhindern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine ist diese Kundgebung hier. Ich denke aber, wir müssen auch mehr an passiven Widerstand denken. Also wir müssen diese Konferenz mehr lächerlich machen, mehr in den Dreck ziehen und eben nicht akzeptieren als ein wichtiges Ereignis. Also meiner Meinung nach müssten wir das alles, was da drumherum geschieht, diese Aufregung mit diesem Zollen und der Polizei und dem Sicherheitsbereich und so, das müssten wir irgendwie konterkarieren. Ich weiß das nicht genau, wie das ist. Ich weiß nur, als es in Indien also darum ging, die Kolonialherrschaft abzuschaffen, da hat man dort auch einen passiven Widerstand organisiert. Und zum Beispiel in allen wichtigen Bereichen, wo es auf Schönheit, Vornehmheit und Pracht in Verhaltung ankam, da hat man dann Dreck hingeschmissen und so. Also man hat sozusagen das eben zerstört, diese Schau zerstört. Also dass man da eben, weiß nicht, seinen Grasabfeld oder so mitbringt und dann einfach fallen lässt oder sowas. Also ich denke schon, es ist wichtig, sich darüber nachzudenken, aber das jetzt nicht als eine große Aktion, die man natürlich wieder verbieten kann, zu machen, sondern dass jeder für sich, sich selbst überlegt, was er da konkret dagegen machen kann. Also ich habe heute eben den Weg gewählt, dass ich dieses Transparent mit hatte und dass ich mich alleine da vorgestellt habe und habe geguckt, was die Polizei dazu sagt. Also ich bin ja Bürger und bin nicht für eine Organisation dort gewesen, sondern nur für mich. Und ich habe auch lange dort gestanden, aber gegen Abend haben die dann gesagt, also hier ist jetzt Sicherheitszone und hier sind keine Transparente erlaubt. Da habe ich gesagt, dass ich aber meine Botschaft, die auf dem Transparent steht, gerne diesen Herrschaften da drinnen übermitteln will, auch wenn sie vielleicht heute noch nicht da sind und das ist für mich wichtig, nein, ich soll hierher gehen, hier hinter und da habe ich dann gesagt, und wie ist es da an der Wache? Ja, da geht's. Und da bin ich dann einmal an der Wache gewesen, also einige Meter weiter zurück, aber dort. Aber ich denke, also so Sand ins Getriebe schmeißen, das ist glaube ich wichtig so. Das wäre meine Meinung und meine Botschaft. Vielen Dank. Ich möchte noch ein paar Worte zu einem Zusammenhang sagen, weil wir stehen hier in Dresden anlässlich des Bilderbergtreffens und Dresden ist momentan wegen anderen Dingen primär in den Schlagzeilen. Und wenn wir schon über Kriege reden, über NATO, über die NATO-Affinität der Bilderbergkonferenz und die Kriegspolitik und den Profit den Rüstungskonzerne, die auch dort sich mit unseren Politikern treffen, daraus ziehen, dann möchte ich kurz das Thema Flüchtlingskrise, ich möchte es eigentlich gar nicht mal Krise nennen, ansprechen. Und zwar wundere ich mich ehrlich gesagt, wir erleben seit Jahren, also mittlerweile ein, zwei Jahren, dass Menschen sich vor geflüchteten Unterkünften treffen und dort gegen die Menschen demonstrieren, was einfach völlig absurd ist, das möchte ich hier einfach mal ansprechen. Also wir erleben, dass Kriege der NATO-Staaten ganze Regionen im Nahen Osten destabilisiert haben, Menschen im Bürgerkrieg leben müssen, gleichzeitig beliefern wir diese Regionen mit Waffen. Chris hat es vorhin schon gesagt, Deutschland ist der viertgrößte Rüstungsexploteur und wir beuten parallel dazu den globalen Süden enorm aus, was auch Fluchtgründe natürlich immer weiter verschärft. Und ich frage mich, wo bleibt die Debatte über die wirklichen Fluchtursachen momentan? Alle reden von Kapazitätsgrenzen und dies und das, also in einem der reichsten Länder der Welt, was ich an sich schon absurd finde. Dann wird von Pegida noch ordentlich Öl ins Feuer gegessen und ich möchte hier einfach nochmal dazu aufrufen, dass es einfach völlig absurd ist und unsere Forderungen, die wir für heute formuliert haben, in dem Kontext nochmal nennen, nämlich an die deutsche Bundesregierung, Deutschlands Austritt aus der NATO, da diese kein Verteidigungsbündnis ist, Stopp deutsche Kriegsbeteiligung und das Verbot von Rüstungsexploten, Aufhalten des Umbaus der Bundeswehr von einer Verteidigung zu einer Interventionsarmee, was gerade Frau Fahnderlein momentan massiv vorantreibt, ein Ende der marktradikalen neoliberalen Wirtschaftspolitik, eine erhebliche Erhöhung von Vermögens- und Erbschaftssteuern zugunsten größerer Ausgaben für Bildung, soziale Sicherung und Entwicklungshilfe und Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption, Intransparenz und Politik für Reiche. Und ich denke, gerade wir als Gesellschaft müssen uns bewusst sein, dass, wie wir heute schon erläutert haben, wenn die etablierte deutsche Presse die wirklichen Fluchtursachen eben nicht thematisiert, sondern sich lieber darin ergeht, gesellschaftliche Gruppen irgendwie gegeneinander aufzuhetzen oder Pegida-Achso dramatisch zu inszenieren, aber gleichzeitig nicht allzu viele Worte dazu verlieren, wie unser Wirtschaftssystem permanent und kontinuierlich Fluchtgründe erzeugt, wie unsere Rüstungskonzerne von dieser Politik profitieren und wie gleichzeitig die Ungleichheit auch in unserem Land so massiv wächst. Wir haben 5 Millionen private Vermögen, die Staatsschulden liegen bei 2,2 Millionen. Wenn wir einen vernünftigeren Schlüssel erreichen würden, wenn wir eine Umverteilung von oben nach unten schaffen würden, hätten wir Geld für Millionen an Geflüchteten. Und ich finde, das sollte jedem bewusst sein. Und wenn diese Debatte in den etablierten deutschen Medien nicht stattfindet, ist es ganz einfach unsere Aufgabe als Bürger, über so etwas zu reden. Und auch die Bilderberg-Konferenz ist in meinen Augen dazu ein sehr geeigneter Anlass. Und noch eine Sache, wir reden hier so viel über diese Konferenz. Ich glaube, viele von uns sind dazu geneigt, auch mal ein Feindbild aufzubauen. Wie Chris auch schon gesagt hat, wir sind alle nur Menschen. Ich möchte nur noch mal betonen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Schuldige zu suchen. Das bringt niemanden weiter. Wir brauchen uns auch nicht hinstellen und mit dem Finger einfach mal auf die Bilderberger zu zeigen. Das bringt niemanden weiter. Im Endeffekt müssen wir alle es schaffen, unsere Rolle in diesem System zu reflektieren und daraus Schlüsse ziehen. Und wir alle profitieren davon. Wie gesagt, wir sind eins der reichsten Länder dieser Erde. Und wir alle profitieren von dem Wohlstand. Und wir alle sind mit dafür verantwortlich, dass Leute für diesen Wohlstand blüten, dass Leute für diesen Wohlstand ihre Heimat verlassen müssen. Und deswegen, ehe wir uns hinstellen und die Bilderberger als das Böse auf der Welt hinstellen, sollten wir unsere eigene Rolle hinterfragen, sollten gucken, was können wir tun, und können wir vielleicht unseren eigenen Lebensstil gerechter und nachhaltiger gestalten. Wie können wir das umsetzen und natürlich nicht zuletzt, wie können wir uns mit anderen vernetzen, um dann auch die großen politischen Themen einer Gesellschaft angehen zu können. Denn das können wir nicht alleine, das können wir auch gemeinsam. Und dafür ist das heute ein schöner Anfang. Deswegen danke ich euch, dass ihr alle da seid. Das war's, ja. Ja, hallo gemeinsam. Ich bin der Marvin. Ich komme aus Stuttgart. Ich bin extra deswegen hierher gekommen. Ich finde das ganz toll, dass doch ein paar gekommen sind und dagegen was tun, demonstrieren. Ich bin ein integrierter Ausländer. Ich bin als politischer Flüchtling 1986 hergekommen, vom Nahen Osten. Und muss miterleben, wie der ganze Nahen Osten brennt. Früher war das die Schweiz. Früher war das die Schweiz des Ostens. Jetzt brennt es. Und ich kann es einfach nicht mehr miterleben, dass meine zweite Heimat zerstört wird. Und da stecken, ja, wie wir alle wissen, wer dahinter, die sich da alle drinnen treffen und uns über unser Leben bestimmen und was wir zu tun haben auf dieser Welt. Ich hoffe, dass es mehr wird. Dass viel mehr aufstehen werden und dagegen was getan wird. Weil wir müssen es tun für unsere Kinder. Weil sonst haben sie keine Chance auf dieser Welt. Ich freue mich wirklich sehr, dass ein paar gekommen sind. Ich dachte, vielleicht kommt keiner. Aber es sind doch ein paar da und es passiert hier was. Und wir würden uns freuen, auch in Stuttgart, dass wir auch mit aufstehen werden in Zukunft. Was soll ich sagen? Wir müssen viel mehr sein. Aber die Welt wird beherrscht von einer Elite. Ich meine, die meisten Kollegen haben schon alles gesagt, was ich sagen will. Ich will sie nicht wiederholen. Aber ich will nur sagen, der Nahe Osten brennt. Und ich möchte nicht, dass es hier auch brennt. Unsere zweite Heimat. Und wir müssen aufpassen. Diese Kriege sind heutzutage sehr, sehr dreckig. Die Menschen werden aufeinander gehetzt. Und das passiert jetzt hier auch. Das musste ich im Nahen Osten erleben. Und das erleben wir jetzt hier auch. Was tut man? Man bringt hierher Flüchtlinge. Von den Flüchtlingen ist es schön und gut. Warum hat Frau Merkel, warum ist nicht Frau Merkel nach Syrien gefahren? Ist da hingegangen, hat da die Menschen helfen können oder im Libanon oder in Jordanien, da wo die Syrer sitzen. Warum ist sie nicht da hingefahren und hat die da her, her geholt? Nee, die hat die Türen aufgemacht für alle Welt. Wer weiß, was jetzt hier alles gekommen ist. Wir wissen, dass hier Menschen auch gekommen sind, die Terror verbreiten wollen. Und da wird auch eine... Und das wollen wir nicht erreichen, dass die Menschen wieder aufeinander losgehen. So wie bei uns auch im Nahen. Wir bekämpfen uns gegen das. Warum? Weil die anderen sind unterstützt wieder von Mächten. Wut gegen Böse. Ich meine, wir waren früher alle Brüder und Schwestern. Wir sind alle Brüder und Schwestern in dieser Welt. Wir stammen alle von Adam und Eva. Wir sind alle Brüder und Schwestern in dieser Welt. Warum bekriegen wir uns? Warum machen wir alles kaputt? Das sind nicht wir. Das sind die Menschen, die über uns bestimmen. Schon jahrhundertelang. Und das muss langsam aufhören. Wir müssen mehr werden. Ihr müssen. Wir müssen wirklich mehr werden. Und alles andere haben schon die meisten gesagt. Ich will mich nicht wiederholen. Auch politische Studium wollte ich hier ansprechen. Und die sind auch schon gesprochen worden. Also auf jeden Fall bedanke ich mich auf jeden Fall sehr, dass doch ein paar gekommen sind. Und dass wir in Zukunft mehr erreichen werden. Vielen Dank, dass wir zugehört haben. Hallo, guten Abend. Ich bin der Johann Könitz und ich würde gerne erst mal vielen Dank sagen an die Mannwache für Dresden. Das sind jetzt 40, 50 Menschen, die sich jetzt seit zwei Jahren bei Wind und Wetter wirklich an ihrem Jorge-Gomonday-Platz immer hinstellen und ein Gesprächsangebot bieten. Und ich würde wirklich darum bitten, dass wir mal vielleicht kurz einen Applaus für die Leute, die das hier alles organisieren machen. Vielen Dank. Ich selber habe mich immer politisiert, sage ich mal, über die spanischen Anarchisten, democracia real, ja. Beziehungsweise später bekannt als Occupy Wall Street. Und schämenderweise ist seit 2008 eigentlich nichts Positives passiert. Im Gegenteil, es sind immer noch die gleichen Regeln da und es läuft immer weiter. Es werden wieder klingelt gemacht und so weiter und so fort. Deswegen ist es wirklich ganz dringend und ganz wichtig, dass wir hier stehen. Wir haben aber im Geiste dieses demokratischen Prinzips, das wir damals gelebt haben, eben gesagt, okay, vielleicht sollten wir einfach mal einen anderen Akzent setzen. Das, was hier passiert, ist mega, mega wichtig, dass wir uns austauschen, dass wir wirklich uns zuhören auch mal wieder. Und wir haben gesagt, vielleicht können wir sogar noch einen Schritt weitergehen, gemeinsam mit der Mahnmache und eine sogenannte Dresdner Proklamation gemeinsam erarbeiten. Ich möchte jetzt also sozusagen euch damit sagen und darauf einladen sozusagen, dass wir am Sonntag am Goldenen Reiter diese Proklamation gemeinsam erarbeiten. Ja, also alle sind eingeladen, egal welcher politischen Überzeugung, solange ihr sagt, ihr seid demokratisch gesinnt, solange ihr sagt, die Menschenrechte sind mir wichtig, alles andere spielt für uns keine Rolle. Jeder hat Rederecht und jeder hat Stimmrecht. Ja, also es geht am Sonntag am Goldenen Reiter los, ab 10.30 Uhr könnt ihr euch quasi anmelden, ihr kriegt dann so ein Bändchen oder irgendetwas in die Richtung, dass wir wissen, ihr seid angemeldet. Und dann kann es auch schon losgehen. Wer will, kann auch am Samstagabend schon, nachdem das hier zu Ende ist, gegen 18 Uhr ebenfalls am Goldenen Reiter aufschlagen, da haben wir einen libertären Kultursaison. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, bitteschön. Vielen Dank für die Einladung. Und ich wollte nochmal Danke sagen alle. Ich finde das super, dass heute so viele da sind und ich finde, wir hatten heute einen richtig tollen Tag hier und ich möchte Danken sagen an die ganzen friedensbeckten Menschen, die von allen Orten zu uns gekommen sind. Aus Meißen, aus Köln, aus Hamburg, von überall her, aus Stuttgart und vielen Dank an euch alle, dass wir heute zusammen hier sein konnten, dass wir in Dresden Signal senden können, dass die Menschen eine eigene Meinung haben, dass sie einen eigenen Kopf machen, Sachen, die passieren und nicht darauf angewiesen sind, dass gewisse Thinktanks oder Medienkartelle vorgefertigte Meinungen vorlegen. Vielen Dank. Und wir sind natürlich auch die nächsten Tage wieder da. Wir sind Montag, wir sind morgen auch wieder da am Samstag und zwar von um 12 hier bis abends um 9 und morgen ist Freitag und auch am Samstag sind wir wieder da. Samstag von 12 bis abends um 7. Die Zeiten stehen nochmal hier drauf und wir freuen uns natürlich, wenn wir morgen wieder zahlreich sind und gemeinsam über viele Sachen reden können und auch ein Zeichen setzen können im Protest. Und am letzten Ende wollte ich mal darauf rufen, wir haben hier die verschiedensten Leute, wir haben die verschiedensten Meinungen und das ist auch gut so, weil nur sinnvolles Diskurs können wir überhaupt Wahrheit finden oder uns der Wahrheit annähern. Und das Wichtige ist, was uns alle eint, was alle Menschen eint, die allermeisten, nämlich der Wunsch nach Frieden. Und wenn wir den in uns tragen und nach außen gehen und bereit sind, mit Menschen zu reden und zu kooperieren, dann haben wir gute Chancen, die Politik in den nächsten Jahren entscheiden zu beeinflussen und dieses Schlachten endlich zu stoppen, was vor sich geht auf diesem Planeten. In dem Sinne, vielen Dank an euch und weiter so. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.